Jo, Leute! Wir spielen heute wieder Minecraft. Und wir haben leider Hunger, deswegen müssen die Kühe dran glauben. Ich hab mal leider... Ich hab mir das auch nicht ausgesucht. Ähm... Das ist noch so... Ne, Herr Wischof bringt kein Fleisch. Da sind Schweine. Das sollten wir dann auch noch mal schnell braten. Schwuppdiwupp. So, packen wir kurz, dass das gebraten wird. Ähm, da haben wir hier noch Fleisch. Hier mal packen wir noch den Rest vom Sand rein. Okay, YOLO. Ähm... Können wir uns schon irgendwas aus Wissen bauen? Ja, wir können uns einen Großpanzer bauen. Ja, so. Zack. Zack. Okay, und weg sind wir. Obwohl, ich glaub, ich mach doch komplettes Glas. Also nicht Glasscheiben, sondern komplett gleich Glas. Äh, naja, deswegen nicht. Ich glaub, das ist ein bisschen besser. Obwohl, weil dann sieht das auch nicht wieder so häuslich aus, sondern dann sieht das einfach so hingeklatscht aus. Ja, komm, machen wir doch Glasscheiben. Meine Güte. So, jetzt haben wir's. Ähm... Schups. So, äh... Hä, wie viel ist denn das jetzt? 1, 2, 3, ich will aber 4 mal 4. Ja, genau, jetzt packen wir vor allen Dingen mal unsere scheiß Axt hier rein. Das heißt, ähm, hier muss 1 hoch, 4 mal 4, genau. Und dann muss nochmal 1 hoch und dann würde ich gern genau so rüber gehen. Das find ich gut. Das find ich gut. So. Äh... Ja, einfach drauf, ne? Äh... Ja, einfach drauf, ne? So. Äh... Zack. Und hoch, ja. Gut. Aua. Dann können wir hier mal einfach mal erschaffen. Und ich hör's ruhig immer noch das hier an. So. Ähm... Ich wohn mal eine Axt. Obwohl, das war eigentlich blöd, weil hier kommen ja eigentlich auch von Tin. Naja, egal. So. Naja, die Türen sehen einfach mega hässlich aus. Naja, egal. Die kann man jetzt später vielleicht noch ändern. Ja, ich find, ich find's okay. Ich find's okay. Aber es ist jetzt nicht so der Brille. Sagen wir mal so. Ja, es ist okay. So. Ähm, vielleicht mach ich mir hier noch schnell ein Crafting Table hin. Äh... 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 Noch so Werkbank her. Hm. Hm. So. Klarscheiben. Ach so, okay. Das... Ja, okay. Dann lohnt sich das vielleicht ein bisschen mehr. Die kriegt man dann schneller. Naja, okay. Okay. Ja. Das ist ganz neis. Das ist ganz neis. So. Das ist ganz neis. Schisse. Was? Hm. Ach, schsch. Mann. So, dann kommt man hier so von vornherein. Und dann... Das sieht natürlich jetzt noch ein bisschen kacke aus, deswegen... ...sollten wir vielleicht hier irgendwie so Fackeln oder sowas mal anbringen. Und zwar mit Gartenzaun. Mit einem kleinen Zaun hätte ich das gerne. So, hier. So, Zaun, 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 Zaun. Achso, da braucht man ja Holz. Oh, Mann, bin ich... Ach... Hä? 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 Habe ich jetzt... Achso, ja, hier. Joyer-Dschungel-Ding, hier. So, und dann machen wir quasi... ...den... ...Zombrauma hin, da. Den packen wir dann hier quasi so ran. Vielleicht sieht das so ein bisschen cool aus, kann auch sein, dass das total scheiße ist. So genau. Dann wären hier quasi dann zu leuchten. Könnte man da eine draufpacken. Und ähm... ...den gleichen Schüssel könnte man hier auch machen. Ich weiß aber nicht, ob das mit der Höhe so okay ist. Naja, egal. Auf jeden Fall. So... Ne, das ist auf jeden Fall scheiße. Äh, so, und... Äh, so, so. Genau. Zack. Warum wird es immer Nacht? Ich check das nicht. Ich find das doof. Ich mag die Nacht nicht. Ich glaub, wir sollten wirklich erstmal anfangen, das Haus richtig... erstmal nur den Raum an sich zu bauen, dann können wir da schon Bett reinstellen und so. Und dann fangen wir erst richtig mit T-Korten und so. Echt der geilste Unterschlupf hier ever, ey. Shit. So. Hm. Wir brauchen bald aber wieder... Ja, wir brauchen... Wir brauchen wieder Holz. Wir brauchen... Wir brauchen wieder Holz. Boah, das ist ja das geilste Haus ever, ey. Vor allen Dingen ist das schon ein Haus. So. Hm. Aber ich glaub, das wird cool. Das wird cool, das Haus. Aber... Das Haus muss mich erst noch davon überzeugen. Aber es steht ja noch nicht richtig, also... Bis jetzt sieht es ganz okay aus. Ja, genau. Und das wär auch wichtig. Schreibt auch mal in die Kommentare, wie ihr das Haus bis jetzt findet. Und was ihr vielleicht verbessern würdet. Es wär ganz interessant, dass wir dann irgendwann so ein Haus finden, was wir alle total geil finden. Das wäre schon noch voll geil, finde ich. So. Da packe ich das und das. Das kommt da hin und das da hin. So. Ich glaub, der erste Raum kommt mal hier rein. Ey, kleiner Mann. Ich wollte 40 mal 20, ne? Ähm. Das heißt... Ähm. Was wären dann vier? Hm. Okay. Also acht. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und dann wäre hier so ne Leiste. Ich glaub' noch ein Hoch. Ach. So. Dann hoffen wir mal, dass das ganz cool ist. So. Ja. War richtig. Okay. Jetzt hier ne Fensterfront. Und. Ja, ich hätte vielleicht mal Glas mitnehmen sollen. Habe ich jetzt zwar nicht, aber naja. So schlimm finde ich das jetzt auch nicht. Hm. Hm. Okay. Zack. 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 So. Hm. Hm. Und hier auch noch. Ah. So. Zack. Gut. Gut. pains. Guck mal. Und da können wir jetzt schon mal hier Holz drauf bauen. So. Dann haben wir hier. Ich glaub' eh genau. Weil den ersten Raum, da packen wir mal so die ganzen Schlafsacken und so. Dann können wir auch gleich ins Haus quasi anfangen eine Biene zu bauen und so. Das wird schon fett. So, gut, erster Raum haben wir schon mal überdacht und du gehst dann raus, mein Freund, und dann, ähm, Glas, alles klar. Mein Glas muss ich mir holen, genau, ja, aber wie man merkt, hier in Minecraft geht das schon recht schnell, sich so ein Haus zusammenzubauen, man braucht, also, deswegen sage ich euch, baut in einem Urwald, also, weil ich finde das Holz, ich finde das, ich finde das ganz schön, ganz okay zum Bauen, es gibt natürlich schönere Hölzer, Holzarten, hier, ich sage Holzarten, Holzarten, ähm, mit denen ihr bauen könnt, und, ja, aber ich finde das jetzt okay, und so, ne, ähm, hier war mein Glas, und, okay, gut, und jetzt Glarscheiben, so, wie viel haben wir jetzt? Okay, zwei, äh, zwei Stacks ungefähr, ich glaube, das reicht dann schon für den ersten Raum, und dann haben wir eigentlich alles, können wir das Bett reinpacken, und dann schlafen wir ab jetzt da in dem Raum. So, ganz nice. So. So. Hm. 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 Ja, okay, ich würde, ich würde euch auch empfehlen, in Glarscheiben, weil wenn ihr Glarscheiben, Glarscheiben kaputt macht, kriegt ja von Sand schmelzen nur einen Block, und, wenn der dann kaputt ist, ist das ein bisschen blöd, aber hiervon kriegt man ja gleich, wenn du so ein Stacks, äh, Sand halt eben so, Glas schmelzt, dann kriegst du ja gleich schon, und, äh, das dann zu Scheiben machst, dann kriegst du ja gleich schon zwei Stacks, so kannst du ja bei jedem dann quasi einen Fehler machen, und, deswegen, nehmt auf jeden Fall Glas, Scheiben. Scheiben. Äh, eins, zwei, zack. Hm. Ich glaub, das mach ich dann hier so rüber. Ah, Mann. Hm, zack, zack. Ja, und dann, ich glaub, das ziehen wir dann so. Hm. Hm. So. Und dann. Hm. So. Na. Na. Ne. Na. Ne, ne, ne. 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 Das geht so nicht. Das darfst du gar nicht sein. Achso, dachte schon, jetzt habe ich das Holz verbaut. So, da ist die Workbench. Ja, alles. Genau, ich brauche nämlich Türen. Das reicht schon. So, man. Ah, so. Naja, sieht irgendwie scheiße aus. Sieht wirklich irgendwie scheiße aus. Naja. Hier ist jetzt noch Holz. Gut, und ich gucke gerade auf den Timer. Die Zeit ist vorbei. Das war es mit der Folge. Wir haben endlich unseren ersten Raum fertig gebaut. Ja, da werden wir dann nächste Folge schon mal diese ganzen Sachen einräumen. Und dann werden wir hier in dieses Haus einziehen und es weiterhin aufbauen. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine positive Bewertung. Ja. Also, dann bis zum nächsten Mal, ne? Ciao. Ciao.